Heute ist der Nikolaustag, der 6. Dezember und wir werden jetzt Türchen Nummer 6 aufmachen Dann kommt Bennys Adventskalender und hier ist dann auch die Nummer 6 und da kommt ein Milkerbonbon raus Dann kommt Papa Bennys Adventskalender auf Und da kommt ein Weihnachtsmann raus Nae, da ist mal aufgeguckt Das ist deine, das andere Und dann machen wir nochmal das Picker-Pick-Advent-Kalender auf von meinem Papa Und da kommt ein Haus raus Und ja, tschüss bis zum nächsten Türchen Gab ist das nicht so? Mas kein Knall Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal